Herzlich Willkommen zu einem weiteren Beitrag. Das Holz hat man vergessen. Da gibt es natürlich viele, viele Vorurteile. Nicht einen einzigen Grund dafür, aber es gibt mehrere Gründe. Zeitgemäße Architektur und Holzbau, das geht gar nicht zusammen. Das Holz hat einfach den Sprung in die Moderne eindeutig geschafft. Sie sagen, Holz ist ein komplexes Baumaterial. Menschen zu zeigen, was hinter diesem Material eigentlich steckt.